Damals habe ich nicht so eine eigene Methode gehabt, um immer durch einander Trostenverzug zu machen. Jeden Tag so klein schnitten, jeden Tag so klein schnitten. Nach halbes Jahr. Das wird 2002 in der Schiene. 2002 und 2006. Drei, zwei, drei, 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 sechs, drei, 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 drei. Die Grosses Pillen ist mehr interessant der Bärme. Kill und Zuh. Ein kleiner Schill ist das Problem. Aber ein großes Gefühl, ein großes Bild bekommt man hier gefühlt. Aber das ist überhaupt nicht groß, zwei Meter. Das ist normal. Natürlich. Ja, natürlich. Am besten. Menschen auch okay. Immer. Ich male, was man aufersteht, was man auferstehen kann. In meiner Zeit, wenn ich niemals Landos gemalt habe, dann fühle ich mich angefangen, Landos zu malen. Ja, ungefähr drei Jahre lang habe ich gemalt. Danach habe ich ein bisschen mein Bild geändert. Das heißt, noch mehr Richtenschaften und mehr Motive zu Motive gehen und in die Nahe gegangen bin. Ja, dann Buretta-Serie habe ich angefangen. Das ist zwar Landoschaft, aber nicht Landoschaft. Das ist zum Teil Pflanzen. Aber keine botanischen Pflanzen zu machen. Aber Pflanzen, was für eine Pflanzen ist nicht so besonders wichtig. Okay. Das ist doch wichtig. Ja. Irgendwas passiert in der Normalenzustand. Das wollte ich. Irgendwas passiert in der Naturzustand. Die Natur gibt es eigentlich nicht in der Welt. Die Natur gibt es nur in meinem Welt.